Hi Leute, ich wollte erstmal bei einem Thema bleiben kurz. Paracelsus ist doch ganz okay. Auf jeden Fall zeige ich euch gleich was zum Thema ganz kurz. Jetzt wollte ich nur noch eigentlich was auch kurz zeigen. Es gibt den Wildermann, der wird so da gezeigt und er ist irgendwie entfernt verwandt mit dem grünen Mann. Und ich habe von diesem grünen Mann viel berichtet, viel erzählt und Fotos gezeigt. Jetzt wollte ich euch ganz kurz was zeigen, was es offiziell ist. Und es geht darum, das geht direkt mit Sylvanus ist das verbunden. Das ist schon von den Kelten übernommen und die haben das von irgendwo noch übernommen. Der grüne Mann, der isst hier Salat. Ich gehe mal gleich weiter. Blattmaske hat man es genannt, wie ihr seht. Da ist direkt die nächste hier. Das ist irgendwie was von den Kelten, habe ich gelesen. Ich glaube, das ist das Gleiche. Hat mich auch gewundert, dass sie das so schön gemacht haben. Vor allem, das muss ja wirklich alt sein. Aber ich überspringe das mal kurz. Da ist es auch, das ist es. Die haben das hier eingebaut. Ja, das soll natürlich den Sieg hier symbolisieren. Guck euch den an, Vogel. Ja, klar. Guck euch an. Sitz auf dem Pferd mit einer Krone. Ja, wisst ihr, was ich meine so? Und hier, die Gottheit wurde besiegt von der Kirche. Aber diese Abbildungen, die sind schon, das geht zurück zu den Sumerern sogar, so weit. Weil der wilde Mann ist auch mit dem grünen Mann verwandt. Und wenn man sich genau damit beschäftigt, oder ich habe einiges für mich rausgefunden. Das sind ja diese Elementargeister auch, die gehören dazu. Da, Green Man, das ist hier irgendwo in England. Komisch, ne? Achtfach. Seht ihr das? Wieder haben wir Inanna. Auch das Thema, das taucht immer wieder auf, das können keine Zufälle sein. Niemals. Da, so eine Darstellung mal kurz und sowas wächst aus dem Mund. Die Kirche hat es eingebaut. Dann noch auf einer Säule. Man muss sich vorstellen, das symbolisiert ja die Bäume. Das habe ich jetzt vor kurzem auch mehrmals gesagt. Wie man sieht, hat die Kirche das sehr oft eingebaut. Aber eben, ja, wie der guckt hier seitlich. Da, da sieht es schon gar nicht so menschlich aus. Gut, ich möchte gar nicht jetzt alles zeigen. Aber wie man sieht, war das sehr weit verbreitet. Ja, ich bin hier ein bisschen so, ne? Das, ihr wisst, ich habe keinen richtigen Hass oder so auf Kirche oder auf Christen. Sondern auf diese Überheblichkeit, auf diese Dummheit, diese Gewaltverfolgung und so weiter und so fort. Und ich weiß ja, wer das inzwischen ist. Und wer meine Freunde so behandelt, der ist mein Feind. Ganz einfach. Kann man auch einiges überspringen, weil das wird hier versucht zu erklären. Auch Kelten hat den Kopfkult und sowas. Ja, aber das ist ja nicht nur von denen. Und außerdem lassen die ja weg, dass das eigentlich solche Waldformwanderer sind. Hier steht natürlich ein bisschen mehr. In einem Fall ist der Kopf des grünen Mannes mit der Inschrift Silvanus versehen. Und Silvanus, da haben wir wieder Silvester. Und da sind wir wieder bei den Wesen, die ich am Silvester gefilmt habe. Weil sie heißen ja aus dem Wald stammend. Deshalb ein bisschen chaotisch wieder die Folge, aber wenigstens direkt passt zum Thema. Römischer Waldgott, naja Quatsch, weil Silvanus bis heute ist nicht geklärt. Angeblich, die stellen sich natürlich dumm. Die wissen nicht, ob die Kelten das von den Römern hatten oder die Römer von den Germanen oder die Kelten von den Germanen. Blablabla. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich tausende Jahre älter, aber das mögen die halt nicht so gern. Bestimmte Leute wollen nicht mit der Thematik so sich beschäftigen. Ihr seht sofort die Verwandtschaft zu wilder Mann. Und ich gehe gleich zum nächsten Thema. Ich denke, das hat jetzt einfach das Wichtigste gezeigt, dass es massenweise eingesetzt worden ist. Und die Kirche war selbst davon fasziniert. Aber hat das irgendwie, wie hier auf dem Bild, ein bisschen so abwertend behandelt. Naturgeist, Naturdämon, wie ihr seht, das ist alles irgendwie verwandt. Und wo steht das nochmal? Selbst hier auf dieser Seite steht, dass es eben schon bei den Sumerern angefangen hat. Nicht nur mit den Geistern, Göttern, sondern auch mit diesem grünen Mann. Philosophie, wie ihr seht, da haben sich einige mit beschäftigt. Es ist alles hier vertreten. Es ist nicht hier aufgeschrieben, aber Jakob Böhme hier oder Paracelsus, Goethe. Die haben sich alle damit beschäftigt. Die wussten ganz genau, dass es Lichtwesen und Schattenwesen gibt. Das waren doch keine Blödleute. Und die hatten das auch nicht nötig, sich wichtig zu machen. Im Gegenteil, die haben sogar was riskiert. Aber es geht um Feuer, Wasser, Erde und Luft. Die können sich darin aufhalten. Denn so wie ich sage, naja gut, nicht, dass ich das jetzt sage, aber ich habe das selber aber nicht zu der Erkenntnis gekommen. Und ich habe ja Beobachtungen gemacht. Oft. Mein Leben lang eigentlich immer wieder. Und ein paar Erlebnisse hatte ich. Hier sind wir direkt bei Engel und dem Hüllensturz. Und Dämonologie. Cherub, seht ihr? Ariel. Engel sind das natürlich. Kein Problem. Ich sage euch gleich. Chaos habe ich das nicht letztens gesagt in meinem Video, wo ich zu Jakob Böhme ging. Ich fand das ein bisschen unpassend, aber ich sagte nicht Ordnung aus dem Chaos. Nein, und ich meine nicht irgendwelche komischen Illuminaten-Freimaurer-Sprüche, die angeblich da satanisch sind und so. Sondern hier. Element Chaos. Leute. Wasser, Luft, Erde, Feuer. Elementargeister, Nymphen haben wir in Gölitz. Guckt euch an, der Pan mit den Nymphen. Die tauchen zusammen auf. Sylphen mit den Fliegen. Aber auch Silvani werden die genannt. Also auch aus dem Wald stammend oder Wald lebend, aber Fliegen. Pygmäen wurden früher auch kleinwüchsige, beziehungsweise Zwerge einfach. Kleine Wesen wurden so genannt. Pygmäen hat jetzt nicht unbedingt mit den afrikanisch lebenden Menschen zu tun. Und das Salamander-Feuer, sie waren der Meinung, dass das Salamander früher auch im Feuer geboren wird. Die konnte sich man sich nicht erklären, weil in Salamander wachsen auch Arme, Schwanz und so nach. Die Körperteile wachsen nach. Sie haben das einfach nicht verstanden. Aber es ist faszinierend. Das taucht auch in der Alchemie auf und so weiter und so fort. Und dann wahre Name der Elementargeister. Da habt ihr die Vulkani. Wir haben hier auch Vulkane in Gürlitz nebenbei. Aber es geht mir darum, das ist ja auch ein Zwerg irgendwie entfernt. Gottheit, Schmiede, Metallhandwerk, Kraft des Feuers. Das ist ja auch ein Zwergengestalt. Es ist schwer, den jetzt so zu benennen. Also ich meine, das ist unpassend, den so zu nennen irgendwie. Nur trotzdem, da seht ihr Waldleute Silvestres. Das sind ja die. Der wilder Mann sind wir sofort bei denen. Das habe ich gesagt. Grüner Mann, wilder Mann ist verwandt. Aber der steht auch für eine Freiheit für. Die sagen auch, der wurde auch so zum Beispiel bezeichnet, dass das ein freiheitsliebender Mann ist, der in der Natur lebt und lebt, aber auch so den Verstand verloren hat. Also verrückte Menschen, die in der Natur leben, wurden auch so bezeichnet. Aber das ist so ein Sammelbegriff wieder für einiges, weil es immer mehr Quatsch eingeflossen ist. Tatsache ist, dass das Slaven hatten, Gemahnen. Eigentlich ist das noch wichtig. Wilder Männer sind menschliche und keine transzendenten Wesen. Das heißt, sie sind keine Wesen aus einer anderen, zum Beispiel der göttlichen Welt, die sich beliebig in dieser Welt materialisieren und in verschiedenen Gestalten erscheinen und wieder verschwinden können. Die können das nicht, die wilder Männer. Aber sie können auch von Menschen gefangen werden. Ich denke, da wurden auch Schamanen sogar in den Topf geschmissen, verrückte Hexer und auch geistesgestörte. Natürlich, wo steht das nochmal mit Idiotie irgendetwas? Und hier kommt Neandertaler dazu. Dann gibt es Theorien. Moses darf nicht fehlen. Deshalb lasse ich das jetzt mal weg. Wald- und Berggeister, wichtiger. Geisteskranke oder Ausgestoßene. Die Wahnsinn sind die verfallen. Gottes Strafe, vielleicht haben die diese Erkenntnis bekommen. Vielleicht war Jakob Böhmer auch ein Wahnsinniger, der gerne in der Natur war. Der hatte so viele Sprüche. Der meinte auch, Mensch, besinne dich. Geh zu einem Baum hin. Schau ihn an. Und ich habe es vergessen. Aber er war einfach, genau wie Goethe, ständig unterwegs. Die haben die Natur geliebt. Paracelsus hat sich auch mit der ganzen Thematik beschäftigt. Genau, jetzt muss ich das gleich auflösen, dass der ganz eigentlich okay war. Wir haben hier natürlich die Weltleute. Silvestres. Gnome haben wir wieder von Paracelsus. Aber Zwerge, Riesensirenen. Da seht ihr, dass das so zusammenhängt und diesen Brunnen hier in Görlitz. Genau, das ist ja die Thematik. Aber Paracelsus war kein schlechter Mensch, weil es hat sich davon abgewandt. Er meinte, das sind keine Teufelswesen. Gott hat sie hierhin geschickt, damit die Menschen näher, dem Gott näher kommen. Paracelsus, mein Freund. Quatsch, aber wir hätten bestimmt einen geraucht zusammen, weil er hat ja gerne dort, als Alchemist hat er gerne da Zeug zusammen gemischt. Wer weiß, was er damals schon nebenbei so vertickt hat. Das ist eigentlich das Wichtigste vom ganzen Video. Genau wie dieser, aber anders als die zeitgenöhnischen Autoren. Es geht darum, dass Paracelsus die Levantageister nicht mehr als Teufel, sondern sie positiv als von Gott geschaffene Wesen angesehen hat. Sie erfüllen ihm zufolge eine Reihe von Funktionen, helfen etwa den Menschen bei der Gotteserkenntnis. Die Teufel von Gott geschickt, um uns zu helfen. Was? Hä? Bewachen die Schätze der Natur. Genau, nicht Goldschätze. Und die eine Art Verboten. Ich sage euch gleich, was am Ende des Videos. Habe ich nie erzählt. Wo ich 17 war, hatte ich diese Engelbewegung und hatte sehr schweren Unfall, 3% Überlebenschanz, Koma, bla bla bla. Aber ich habe damals die Zukunft gesehen und meinen Tod. Und darüber habe ich noch nie gesprochen. Paracelsus zufolge seien die Elementageister den Menschen sehr ähnlich beschaffen. Wie die Menschen besitzen sie einen körperlichen Leib und einen Astralleib. Ihr Körper besteht allerdings aus einem subtilen Fleisch. Dass es ihnen ermöglicht, sowohl in ihrem Element als auch in der Menschenwelt zu existieren. Das ist genau das, was ich sehr schwer verstehe. Wie dieses Fleisch, also wie sich das da auflöst oder wie. Das verstehe ich nicht. Dass es ihnen ermöglicht, sowohl in ihrem Element als auch in der Menschenwelt zu existieren. Also, Paracelsus dachte, es ist ein feinstofflicher Körper. Deshalb können die manchmal durch Wände laufen. Sie haben aber einen festen Körper, den man berühren kann. Also es ist dann nochmal eine Steigerung. Also das ist schon faszinierend. Und ist das Technik? Ist das Zauber? Ist das göttliche Macht? Leute, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die durch das Bewusstsein auch ganz andere Ebenen erreicht. Und durch eine Veränderung, was weiß ich, vielleicht haben die da irgendwie eingegriffen, nachgeholfen. Keine Ahnung. Vielleicht steht über den ganzen noch jemand und über den noch jemand und so weiter. Aber das ist es ja. Man muss hier auf dem Teppich bleiben. Aber wie man sieht, diese ganzen genialen Geister, die habe ich früher so ein bisschen, ja, ich habe gewusst, dass die existieren. Aber mich hat das ja nicht sonderlich interessiert. Selbst Goethe hat mich nur zum Teil interessiert. Ein bisschen so, ja. Ein bisschen so, mehr die Zitate zum Beispiel oder so. Aber ich bin nie in die Tiefe gegangen. Aber die holen mich alle hier ein. Und ständig und immer wieder. Er hat ja selber auch noch so ein UFO-Erlebnis gehabt. Er ist ja selber so im Wesen begegnet. Also offiziell. Wer weiß, was die alles noch erlebt haben in der Natur, was gar nicht festgehalten worden ist. Nein, genau wie Jakob Böhme. Jetzt kommt das Wichtige noch und dann bin ich fertig. Es ist wieder außer Kontrolle geraten. Ich hätte den Kaffee weglassen sollen. Aber ich bin sonst schon immer so wie auf Kaffee. Es hört nicht auf. Ich werde bald 50. Die haben mir damals gesagt, das geht weg irgendwann. Ja, genau. Witzig. So, ewiges Leben. Das ist das Wichtigste noch. Der Hauptunterschied zwischen Menschen und den Ermittageistern besteht nach Paracelsus darin, dass die Letztere keine Seele besitzen und damit trotz ihrer Langlebigkeit keinen Anteil am ewigen Leben haben. Sie können allerdings eine Seele erhalten, wenn sie mit Menschen, die von Paracelsus als Sakrament verstandene Ehe eingehen und Kinder zeugen. Daher seien die Ermittageistern, Begierig danach, Menschen zu verführen. Ich wurde schon verführt. Ich habe mich darauf eingelassen. Das habe ich davon. Wahrscheinlich habe ich irgendwo ein Kind im Himmel. Super. So, ich lasse das erstmal. Hier steht einiges Interessantes noch, auch auf mehreren Seiten eigentlich. Ich konnte hier überall klicken noch auf die einzelnen Sachen. Nur ihr seht, darum geht es ja. So ein Wesen ist mir erschienen. Aber auch so welche. Und, also wirklich jetzt, ich komme mir selber bekloppt vor. Ganz ehrlich, was ich noch nie getroffen habe, noch nie irgendwelche Riesen, keine Einhörner oder Merlin im Wald. Weil da gibt es auf YouTube so viele Kanäle, die meinen das ernst und die haben viele Zuschauer. Und die lachen immer so komisch, als hätten die irgendwas genommen. Aber die sagen dann wirklich, ich wollte mir das angucken, weil ich dachte, das sind Leute, die sind mir vielleicht näher als so ein Dorschützer-Mensch. Sorry, weil durch die Erlebnisse. Aber dann erzählen die wirklich, ja, ich sehe hier Zwerge im Wald. Und jetzt gerade reitet hier ein Einhorn durch. Und letzte Woche habe ich hier Merlin getroffen. Leute, sorry. Bitte tut mich nicht in diese Schublade. Ich bin so ein Mensch, ne. Das nervt mich so, weißt du das. Die erfinden das ja natürlich, die haben das irgendwo gelesen. Ich bin wirklich jemand, also ich habe das wirklich erlebt. Und gerne, manchmal würde ich am liebsten Lügendetektor mich anschließen und auf möglichst viele, viele schwierige Fragen antworten. Weil ich weiß, dass ich das bestehen würde. Aber irgendwie wäre das dann auch peinlich, ne. Dann würden die Leute denken, ach, ist sowieso alles gefakt oder so. Oder Hypnose wäre natürlich die Möglichkeit. Aber das lohnt sich einfach nicht auf meinem Kanal. Ne, das wäre dann interessant, wenn, ja, vielleicht irgendwann, was weiß ich. Also bei mir ist Paracelsus voll geheilt. Ich mag den Kerl. Ich mag eigentlich alles an dem. Nur diese Texte da Richtung Hexenverfolgung. Da war ich mir nicht sicher, ob die das nicht im Munde verdreht haben, die Wörter, ne, irgendwie. Er wurde ja erschlagen, ne, später und sowas. Deshalb, Leute, genau wie Jakob Böhme. Ich habe vermutet, der wurde vergiftet. Aber ich kann das nicht nachweisen. Ich habe das nur auf den Bildern gesehen. Und das würde passen. Die konnte nicht loswerden. Der ist ja, glaube ich, zwei Jahre älter als ich gewesen, als er gestorben ist. Ne, und, ja. Und, ja, gut. Emotionen, ja, Leute. Ja, gut, das war es erstmal, weil ich weiß, jetzt schon habe ich die Zeit überzogen. Ich versuche das wegzuschneiden jetzt noch. Aber ich, äh, was soll's, ähm, es geht hier. Hier sind wir natürlich bei Goethe und hier, vier Geister, Salamander, Udene, Sylphe und Kobold beschwören. Ey, das ist doch, der ist überall da. Der war auch hier um die Ecke. Und hier in Görlitz natürlich auch. Und, äh, ja. Aber, Schachmann, Goethe, Paracelsus, Jakob Böhme und ein paar andere Leute noch. Äh, hier zum Beispiel dieser Bürgermeister, ähm, es gab ja zwei interessante Alchemisten, Astrologen. Ey, das sind alles Menschen, die sind mir sehr hilfreich. Und ich bin dankbar, dass es solche Leute gab. Früher hatte ich irgendwelche komischen Vorbilder. Schauspieler, Musiker, menschliche, äh, äh, so, 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 diese Ablenkung eigentlich, wo man drauf reinfallen soll, ne. Aber irgendwann habe ich mich davon gelöst und bin durchgedrungen, ja. Aber auch nicht so oberflächlich wie manche, ne. Ne, können da zwei Gedichte von Goethe, aber wissen gar nicht, was er eigentlich war. Weil Naturwissenschaftler sind ja halbe Schamanen eigentlich, wenn ihr ehrlich seid. Gerade die Leute, die ständig unterwegs waren, haben sich alles angeguckt, äh, die, ähm, Biologie bisschen studiert, also, die Tiervielfalt, Steine, Geologie. Die haben sich damit beschäftigt, die wollten mehr wissen und, äh, die haben auch Knochen gefunden und so. So fing das alles an. Der Ursprung der Archäologiewissenschaft war ja wirklich die Neugier und die Voranschreitung. Also, den Geist auf eine andere Ebene wollte man bringen. Man wollte sich auch lösen von diesem Glauben, ne, aus dem Mittelalter und sowas. Und hier die moderne Welt, sogenannte moderne Welt, ne, Entfremdung von Natur wurde das auch wahrgenommen. Ja, so empfinde ich das auch. Es ist moderne Welt. Ja gut, jetzt sag ich erst mal, äh, tschüss und bis dann. Wie viel willst du? Äh, die Hälfte. Du bist verrückt. Bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Die Hälfte. Untertitelung des ZDF, 2020